Die Bilanz als Momentaufnahme des Wertes eines Unternehmens – Bestandsbetrachtung – und die Gewinn- und Verlustrechnung – G&V als Zusammenfassung der Wertveränderungen eines Jahres – Flussbetrachtung – messen den Erfolg eines Unternehmens. Die sogenannte interne Kostenrechnung, die sich weitgehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung ableitet, verfolgt einen anderen Informationszweck. Wie viel kostet uns die Erstellung eines Produktes? Die Finanzrechnung beschäftigt sich ausschließlich mit der Planung, Verwendung und Beschaffung von flüssigen Geldmitteln. Nicht Gegenstand der Betrachtung hier sind die strategieorientierten Rechnungen, welche die Investition in die richtigen Erfolgspotenziale unterstützen sollen.